Ach du Scheiße, was kommt denn jetzt noch? Kommt die mit der Geige an? Aua, Aua! Hey komm, nimm mich mit. Bin jetzt ganz allein auf der Welt. Ich hab jetzt niemanden mehr. Och nee, nee, lass mal. Nee, bin da nicht so für. Wir sind nicht so. Erstmal hast du ja gesehen, spiel ich Gitarre, Solo-Gitarre. Ich bin Solo-Gitarrist. Und dann kommst du dann und willst was von mir. Das ist nicht so gut. Der Klapperstrauß kommt dann. Und dann ist der ganze Haus voll Blagen. Wie? Da ist eine Mark nur noch 5 Pfennig wert. Der Klapperstrauß kommt dann. Kommt. Teksass! Bis zum nächsten Mal.